So willkommen zu einer Runde Mixed Arcade auf dem Mindplex Server und das ist jetzt die erste Folge von Arcade Games hier oder Mixed Arcade geht jetzt los oh das Spiel für alle die nicht wissen was das Spiel ist die wir müssen eben hier die also die weil jetzt bin ich nicht sicher dachte ich kenne dieses Spiel also eben die anderen hier runterkicken alle anderen nein hab ich wieder verkackt ja die Kunde ist also bieten Blaster interessant weiß ich nun gar nichts davon statt Nimmstern später wohl jemand von Bieten Plaster getötet keine Ahnung was es ist also es gibt nur noch zwei Leute ja der eine spielt hier auf Pussy schön auf der Insel und der kommt jetzt hin machen macht mal komm los Epo ist sie Jo wollte ich verarschen das steht einfach stehen sich stellt sich stellt sich in Schädchen im Schett auf den anderen Sitzern Ausdruck geschrieben okay egal nächstes gehen und was ist das hier das heißt Turf Wars was eigentlich cool geil wäre also sozusagen ein Tipp an mir mein Klecks wenn da in der Tabelle auch noch steht welches Game das ist es steht zwar auch da hinten aber ich finde das nicht so übersichtlich da jetzt mit dem Musikbox hingestellt ich hab ja auch noch ein paar Sachen ein Partikel Gertschilds habe ich ein bisschen Jo aktiv Paypal wer mehr ein bisschen Spaß muss auch mal sein wer mich unter und die Paypal klarer okay ich hab die Paypal gern weggezogen bekommen als Spiel losgeht ach das Spiel wieder das Spiel ist ja sehr oft und wie aber ich glaube es gibt da so eine Reihenfolge der Mixed Arcade Games ach so jetzt habe ich äh hier gibt es immer ne äh ne Bauzeit stimmt es fällt mir gar nicht erst ein äh so auf meine ich weil ich hab dieses Spiel noch nie richtig verstanden ehrlich gesagt so oh man schade okay komm das schaffen wir wir werden dieses Spiel gewinnen Jo wahrscheinlich ich wette hier hat jemand irgendwie ein Worte oder so was hat doch niemand auf mich gezielt das gucke ich mir nachher im Video an also ich sehe dass sie mit Elmwood darum schießen oh Uhr die 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 ich muss den Bogen ganz spannend was egal und falls jemand mal irgendwie so eine gute Hintergrundmusik weiß die ich bei Let's Plays so abspielen kann ich habe nämlich noch keine gefunden keine gute und wenn ihr eine habt dann schreibt es mal bitte in die Kommentare oder so das wäre echt nett okay noch vier Sekunden der war schneller scheiße keine Pfeile aber vielleicht können wir das schaffen oh oh Mist habe ich nicht gesehen okay aber wir haben schon viel Arobat muss ich ja mal sagen okay wir haben jetzt erst mal Schuss äh Schießzeit oh ich werde schon wieder abgebaut ich weiß gar nicht wo ich hinschieße aber egal oh wir haben gleich gewonnen Jo wir haben gewonnen Bäm oh oh ja gut die Diener dieses gespielt dieses Spiel ich bin nicht kurzen ich bin nicht kurzerweise war es ja das ist nämlich ich glaube ich weiß wie ich spiele es ist ich habe jetzt grün genommen okay okay es geht los okay ah das ist das Spiel ist auch cool scheiße los rennen mora scheiße oh oh mein scharf okay voll zu kurz hier wäre es das Konzentration wo ich bin grad richtig mein Element oh scheiße nein nein warten und weiter ein scharf ein scharf wird nicht verarschen und das habe ich gebracht also kann ich ja gar nicht verstehen und die haben viele Schafe oh scheiße Schafe klauen nein 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 ihr kriegt das wieder Scheiße als wäre die Reisenschwert oh ich muss auch unbedingt mal ein besseres Kit holen zwei Schafe das ist nicht so das Beste obwohl doch naja blau hat sehr viele oder wo ist denn blau hier ist rot hinten ist blau okay ja die blauen schützen glaube ich ihr Zeug sehr ja mann fick dich ich kann nicht rennen mal ein mal ein mal ein danke danke 0 mal hier hat die ganzen Schafe geklaut hier passt auch niemand auf komm schon neue Schaf was scheiße man nicht passen wir gar nicht auf immer noch ein Schaf 4 rot hat schon 4 äh lauert schon 5 das sag ich immer nein du bist so egal noch ein paar Sekunden dann können wir uns das nächste Schaf holen komm na scheiße komm komm schon ihr müsst die ablenken wenn die mich jetzt noch hören könnten los nein was nein leck dich nicht oh meine es geht gar nicht gibt es nicht irgendwie so eine Healing statt schon Station leider nicht und der hat sich ein Schaf geklaut und jetzt habe ich es mir geklaut weil ich so schlau war als niemand merkt was wollt ihr mich waschen ist mein Schaf wirklich ey neue Schaf immer noch drei gut jetzt haben wir drei aber jetzt sind es vier ja komm wir sind wir haben schon so viele Schafe wir können es schaffen wenn ihr keiner unsere Schafe klaut ich passe jetzt einfach mal auf weil die ja jetzt alle weggegangen sind ich habe Angst dass hier noch irgendwo da kommt okay da sind da ist noch einer also der passt auf dann gehe ich jetzt mal in die Mitte da kommt nämlich gleich ein neues Schaf ne nein pick dich nein scheide ich würde es nehmen ähm ach neun Sekunden komm schon das schaffen wir let's yellow power was die wurden schon wieder getötet die Schafe nee ey wer tötet denn hier die Schafe bei uns die sind zu unfähig hier aufzupassen der wieder hier die Epic Wario ey der war schon vorher da ja er holt sich einfach zwei Schafe man ich gehe zu den rüber ja Tor jetzt haben die gewonnen ah egal GG ach man scheint dass die nicht aufgepasst haben sonst hätten wir vielleicht doch gewonnen ja hm ach ist das Spiel wieder ich bewerbe mich für den Human Archer gut zu sagen ich möchte jetzt nicht Wisser werden habe ich eigentlich gar keine Lust auf und ist gelost ich bin doch Wisser mal egal ok also die Folge wird anscheinend länger ja ja jetzt zu tun sie keine Bomben das war so muss wahrscheinlich hier okay das ist ja schon tot ja er ist schon tot oh ich steck hier irgendwie fest ok jetzt schon mal ein Kill haben wir glaube ich gemacht oder ja genau Külper gestreckt das war zwar nur ein Kill aber es gibt noch sieben Spieler da komm schon er ist schon tot ja Külper gestreckt werden komm ich mache sie auch noch heute kann ich mich zu lang und es wird weil wir so ruhig in der Stelle doch das ist doch doch das so jemand egal egal weiter und wo ist jetzt hier die der nächste Spieler da oder? ne ist tot egal gut fliegen wir mal hier hinterher vielleicht haben wir da mal Glück ich würde mich hier auch verstecken okay joo ein bisschen schneller fliegen da ist jemand da ist jemand morin der zu und ich glaube ich schlafen oh man schade ich hätte ihn fast bekommen vielleicht haben sie doch noch mal und okay ich kann ihn nicht fliegen ich bin immer auch gut fest kann man die Visa eigentlich updaten ich weiß gar nicht was sind das denn für Dinge die Wissen okay weiter kommt schon da und noch Spieler hier oder ja 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 vielleicht kein Plan tot es gibt noch zwei Spieler wir haben noch 55 Sekunden man sie müssen noch irgendwo sein ich möchte gewinnen mal wieder da 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 ist irgendwo jemand da da die Euro getötet noch ein Spiel glaube ich müssen noch sein da aber schade sie haben gewonnen egal war trotzdem gute Runde wahrscheinlich gibt es jetzt ein nächstes Game die Folge ist schon 18 Minuten lang aber es ist ja nicht so schlimm jetzt Jumper nicht lieber ich weiß zwar nicht wie ich spiele aber egal ach so ach so das kann ich auch nicht man das Spiel mag ich nicht das ist wie heißt das ich weiß nicht mehr den Namen aber das war es dann jetzt auch für diese Folge weil die ist jetzt schon ganz schön lang und es sind ja immer noch ganz schön viele Mini Spiele wahrscheinlich und deswegen schau Leute und bis zur nächsten Folge weiß ich nicht einfach guckt auf meinen Kanal vorbei und danke und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal